Hallo, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Was heißt eigentlich demokratische Erziehung auf der persönlichen Ebene? Ich erzähle euch eine kleine Anekdote, und zwar jetzt an dem verlängerten Mai-Wochenende. Da war meine älteste Tochter gerade nicht bei mir, die war da bei ihrer Mutter. Dann habe ich einfach spontan auf WhatsApp drauf gesprochen, dass ich toll finde, wie sie sich entwickelt hat. Also nicht die Mutter, sondern die älteste Tochter. Ich habe drauf gesprochen, du, ich finde es toll, wie du dich entwickelt hast. Und dann kam etwas zurück, da musste ich dann lachen. Und zwar hat sie dann so geschrieben, ich finde auch toll, wie du dich entwickelt hast. Also meine älteste Tochter schreibt mir, ich finde toll, wie du dich entwickelt hast. Und ich muss deshalb lachen, weil ich selber wurde klassisch autoritär erzogen. Autoritär heißt, du hast einen Vater oder eine Mutter. Die sind sozusagen gottgleiche Wesen, denen ihr Wort ist Befehl. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, allen meinen Eltern zu sagen, hey, du hast dich toll entwickelt. Aber genau weil ich diese Erfahrung gemacht habe in der Erziehung, war es mir wichtig, dass meine Kinder für mich auch so eine Art Feedback-Schleife sind. Die, wenn ich irgendeinen Mist baue, die mir das dann auch sagen. Und das steckt drin in diesem Satz, dass ich meiner Tochter sage, ich finde es toll, wie du dich entwickelt hast. Und sie schreibt zurück, ich finde es auch toll, wie du dich entwickelt hast. Und darum geht es doch. Es ist ja nicht so, dass nur Kinder von den Eltern lernen können, sondern Eltern können auch von den Kindern lernen. Das ist eine Feedback-Schleife. Und das hat viel mit Demokratie zu tun, weil im Austausch, in der Diskussion, auch im Streit um die eigene Position, auch ein Kind muss ja sich in der Familie behaupten können gegen die Eltern. Das muss ein Kind auch lernen können mit den Eltern. Ein Kind muss mit den Eltern streiten können. Und zwar hart und scharf und notfalls auch laut und gemein. Das gehört alles dazu, sich auszudrücken, sich zu verteidigen, zu behaupten, sich durchzusetzen. Und dann lernt man das halt zusammen. Und da sind Eltern nicht perfekt, die lernen dabei auch weiter. Und ja, das ist so ein Aspekt, was ich unter demokratischer Erziehung verstehe, innerhalb der Trennungsfamilie oder allgemeinen Familien. Ja, ich habe gedacht, ich teile mal diese Anekdote mit euch. Danke fürs Zuschauen. Liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Ciao, ciao.